Zwergische Bauern, Großmeister der Axt. Nö, weiß er nicht. Der will hier bloß sein Zeug anpflanzen. Wo das Wasser herkommt, ist dem Schnutzpipigal. So, da ist der Turm, wo wir es nicht hin können. Und hier sind die Jungs. So, den konnten wir wurzeln, den da nicht. Also gehen wir jetzt einfach Stur auf die los. Der wägt fünf Runden lang, den kannst du schon mal zaubern. Den, so. Du wurzelst. Du machst das, du machst das. Du schießt. Wenn du traust, kommt näher. Ergtelemental macht komische Sachen. Du wurzelst wieder. Schießen, schießen, schießen. Der Tauro kommt näher. Oh. Das kam unerwartet. Der Tauro stellt sich den Weg. Haken wir, wenn du traurigst, wir können die nicht wurzeln. Na gut, dann. Also wir können die Wurzeln, um Schaden zu machen, aber nicht um festzuhalten. So, 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 so. Das ist auch okay. So sind die gleich beide auf einem Feld, wenn das denn passt. Du. Wurzel, um Schaden zu machen. Den da. Du machst Schild. Du machst den. Geerogon ist betäubt. Geerogon ist nicht mehr betäubt. Tirek ist betäubt. Tirek ist immer noch betäubt. Und der Manticore passt nicht auf dasselbe Feld wie dem der Taure. Weil der der Taure einfach zu breit ist. Er hat Elemental wahrscheinlich genauso. So, du machst einen Schild. Du machst eine Heilung. Nicht gut. Passt du hier durch? Ich denke schon. Den hier schnell töten. Tirek wach auf. Du Britze. Du Wurzel töten. Du unaufhaltsam Angriff. Tirek. Ah, Tirek ist wach. Sehr gut. Du. Auch eine Steinhaut. Witz Dings. Hauen. Feuer. Oh, sehr schöner Angriff. Also, Crit. So, du. Ach, keine Erdschaden. Ja. Das waren die letzte Mana von ihr. Kazank. Kaputt, 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 kaputt. Kapuzki. Gut, schlafen. So. Da hinten ist wieder was Grünes, wo wir uns durchschulen können durch den Segen. Hier scheint ein Brunnen zu sein. Das heißt, da schlafen hätte man uns sparen können. Brunnen. Hier noch irgendwelche. Achso, Secrets, genau. Und du? Du fühlst dich nicht stärker, Gerogon. Nur weil sie Geheimnisse entdecken zaubert. Das ist nur Einbildung. Ich höre was Grunzen. Das wird hier ein Pfalz sein. Da hinten, genau. Aber erst mal die Dinger hier abklappern. Hallert Hein. Was ist denn das da für Dinger? Aber da ist so eine Riesenspinne, so eine Mondseitenspinne. Wir produzieren dann wieder die Flüssigkeit. Zack. Und ich habe das Gefühl, wir sollten wieder umdrehen. So ein bisschen wie bei den Elfen vorhin. Da oben, wollte ich schon fast sagen. Also da. Die, die uns fast vermöbelt hätten. Thomas, den Lärm hier. Okay. Zehn Glück. Danke, wir brauchen also Glück. Da schimmert so ein Obelisk durch, der uns Resistenzen gibt. Trostlose Wildnis. Noch eine Statue. Oh, ich glaube, wir sind es auf der Rückseite von dem Haus, wo wir uns so ganz schwer durchkämpfen mussten. Den Todesrittern und so weiter. Plus zehn auf. Fast alles. Sehr gut. Wir sind ziemlich gut gebufft gerade. Aber ich glaube nicht, dass ich mich mit den Jungs trotzdem anlegen will. Hier sind keine Gegner. Also da sind Gegner, aber hier sind keine Gegner. Mal gucken. Ähm. Hallo, Engel. Okay. Tratschen wir ein wenig mit dem Engel über den zweiten Tod von Erzengel Michael. Ich war dabei, als der Erzengel Michael zum zweiten Mal geschüttet wurde. Mit der Zeit ist mir klar geworden, dass er im Falle seines Überlebens den nächsten Krieg der Alten begonnen hätte. Und dazu sollte es nie wieder kommen. Es ist irritierend, einen Engel zuzugucken, der mit Schwertern jongliert und darüber dann klatscht, wenn er es schafft. Ihr seid komisch. Seht schick aus, aber ihr seid komisch. Ich ziehe in Erwägung, einen Orden zu gründen, der sich der Bewahrung der Geschichte widmet, damit wir die Tragödie in der Vergangenheit niemals vergessen. Vielleicht können wir dann dem Drang widerstehen, sie zu wiederholen. Großmeister Lichtmagie, nein. Du, Wiederherstellung, Kurier, eine Auferstehung. Nö, brauchen wir nicht. Also wir können jederzeit hier in die Kirche. Oh, was bist denn du? Elite. Au. Was bist denn du? Autsch. Genau. Du, Machet. Du, Ver... Oh. Du bist halt stärker geworden. Was ist nicht mehr so eine Spinne von früher? Schießen, Verbrennen, Furzeln, Blitz. Für wie viel tickt das Gift? Für fast gar nichts, okay. Also jedenfalls nicht bei Gerogon. Was zur Hölle? Mana-Schwall. Äh, haben wir uns gerade verklebt? Nee, ne? Den Mana-Schwall haben wir nicht in der Hauptgeleiste. So. Du, Giftheil, da. Ein Akkulupen-Diadem. Kanalisation von Karsal. Könnten so wahrscheinlich nicht in die Stadt kommen. Aber ich weiß nicht. Wenn wir schon mit den Jungs hier Probleme haben, sollten wir nicht unbedingt dahin, denke ich. Das merken wir uns für später. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne zurück zu irgendeinem Brunnen. Trostlose Wildnis. Das ist ein Obelisk. Und eine Sackgasse? Ja, eine Sackgasse. Aber die Gebäude hier sehen nach Orks aus. Ist ein wenig komisch. Ist das ja alles so. Ist das ein Gegner? Wenn, wäre es nur einer. Nee, ist kein Gegner. Huang. Guten Tag, Freunde. Ich heiße Huang und bin Reisender und Kaufmann aus Hashima. Bedauerlicherweise stehe ich nach einer Begegnung mit Orks ohne Karren, ohne Pferde und ohne Ware da. Je nun, bevor man Wasser trinken kann, muss man den Regen ertragen, wie es in meinem Stamm heißt. So ist Shalassas Weg. Was kannst du denn? Was? Er kauft uns alles ab. Was wir finden. Aber er will 25% des Goldes, das wir finden. Niemals. Das ist absolut lächerlich. Geh weg. Also ich weiß nicht. Ein 5-Jähriger würde es vielleicht toll finden, niemals zurück zur Stadt zu laufen, um Sachen zu verkaufen. Aber jeder mit ein bisschen... Na gut, lassen wir es. Ihr lest die Inschrift. Wir sind hier, um Hilfe zu helfen. Großartig. Ich brauchte, etwas zu schießen. Ähm... Ich hätte vielleicht erst mal nach rechts gucken sollen. Du trinkst einen Heiltrank, du trinkst einen Zaubertrank, du machst Schutz, du machst... Das da. Aber was seid ihr? Ihr seid Jaguar-Krieger. Schutz. Feuerball. Okay, es geht. Gift. Widerstanden. Brezel. Was? Och, nö. Nicht gut. Du. Heilung. Brezel. Ähm... Zaubertrank. Feuerball. Ihr schießt einfach immer weiter auf uns rauf, hm? Ja, okay. Der... Gift für den anderen. Brezel. Neu. Schild. Feuerball. Okay. Du... Regeneration tickt noch. Ja. Du heil trotzdem sie. Ah, das ist echt praktisch, dass Gerogon jetzt heilen kann. Mach dir mal wenigstens was sinnvolles. Du... Trinkzaubertrank. Na, du hättest einen großen trinken sollen. So. So, letzte Regenerationsrunde war das, deswegen neue Regeneration. Neues Schild. Ein mittlerer Zaubertrank für dich. Zap. Brützel. Eine neue Steinhardt für euch. Brützel. Heilung brauchen wir nicht, aber du kannst trotzdem schon mal einen Zaubertrank trinken. Für dich reichen ja die Kleinen. Feuerball. Wow, okay. Du machst eine Regeneration. Du heilst zurück. Äh, du hast Feuerball. Und du blitzlingsdener, damit er schnell stirbt. Wow, okay. Du heilst sie. Beide widerstanden, wollte mich veräppeln. Du brauchst auch einen mittleren Zaubertrank. Du brauchst auch einen mittleren Zaubertrank. Wir müssen gleich neue mittlere Zauberträge kaufen. So, einer kaputt. Shit. Du brauchst einen mittleren Zaubertrank. Du... So, so. So, so. Autsch. Äh, du heilst sie. Tötest den da. Die geht da um die Ecke. Was? Der Busch zählt nicht als Busch. Na gut. Randa. Feuerball. Gift. Nur einen leider. Ritzel. Du brauchst davon. So, du machst Schutz gegen alles. Weil das sind ja schließlich Magier. Das hätten wir die ganze Zeit machen sollen. Du machst eine Rüstung. Du machst einen Feuerball. Du machst das da. Wurzel. Hau einfach drauf. So. De... Wurzel. Du machst eine Heilung. Du machst... Äh. Du brauchst nicht besonders viel durch. Du brauchst ein bisschen davon. Du brauchst was. Und du haust. Ja. Bei denen müssten wir echt mit Nahkampfwaffen normalerweise angreifen. Aber wir haben halt keine so tollen Nahkampfsachen. Deswegen vergiften wir sie und lassen sie einfach durchdicken. So. Du... Greif an. Woosch. Vor allem er ist schon auf Meisterrang. Das heißt, 10 von deren Feuerresistenz wird komplett ignoriert. Trotzdem kommt so wenig durch. Das ist... Nicht so schön. Hau... Die regenerieren sich. Das fällt mir jetzt erst auf. Äh. 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 Wart mal du. Mannerschwall.